Was ist für Adidas? Ja, klar muss das passen. Man muss sich auf jeden Fall erstmal wohlfühlen, denke ich. Zu gediegen oder so laufe ich jetzt nicht rum. Es muss eine gewisse Lästigkeit auch dabei sein, eine gewisse Sportlichkeit. Da ist Adidas, denke ich, ein guter Partner. Es ist nicht so wichtig. Ich denke, man muss sich so gleiten, wie man sich fühlt, wie man sich am bequemsten fühlt und so tue ich es auch. Natürlich gibt es manche Klamotten, die sind ein bisschen schöner als andere, aber es ist nicht so, dass ich am Morgen aufstehe und sehr lange brauche, um zu entscheiden, welche Klamotten ich anziehe. Ich glaube, die haben alle ein Talent und die machen alles dafür. Ob es dann mit Musik zu tun hat oder mit Sport, mit Fußball, ich glaube, die leben dafür und die haben viel gemeinsam, glaube ich. Ich bin so glücklich. Da sind wir sehr gonna. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich.